Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch 4-fach-Map ohne Gräben in der Version 1.4. Wir sind am Aussäen. Also, naja, wie säen wir denn aus, sozusagen. So, funktioniert das hier auch noch? Was auch machen dafür? Wir sind auf Feld 33, Feld 20 ist gerade fertig, Feld 4 sind wir noch am Aussehen und wir nehmen jetzt gleich noch Feld 1 in Angriff und gerade mit der Rübenernte auch vorbei, sozusagen. Und, ähm, ich will mal eben was ausprobieren. Am aktuellen Wegpunkt. Was ist für ihn denn der aktuelle Wegpunkt? Ich will jetzt mal proben. Würde mich jetzt mal interessieren, ob er denn jetzt zum richtigen Wegpunkt fährt. Ja, sieht aber so aus. Ja, finde ich ja gut. Wie dem auch sei. So, da ist unser Traktor, unser Glas. So, die Zeit können wir auch mal wieder ein bisschen langsamer stellen. Licht brauchen wir auch nicht. Und wir fahren jetzt zu Feld 1. Wir bringen da mal ein bisschen was zur Aussaat. Ich glaube, dass es dafür einen Kurs gibt. Den würde ich eben erneuern. Nee, gibt's auch nicht. Ich hab überall keine Aussaatkurse. Was pflanze ich hier an? Hier pflanze ich Gerste an. Ähm. Achso. Feld 1. Aktuell, äh. Ja, 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 ja. Das passt alle. Berechnen. Feld 0,1. Säen. Und wir fangen an. Am ersten Wegpunkt. Ausklappen. Und anfangen zu säen. Ich glaube zwar, ich weiß schon, wo die Probleme gleich auftauchen werden. Von wegen scharfe Ecken und so. Aber. Ähm. Können wir uns ja mal überraschen lassen. Kompost. Kompost. Und dann den nächsten Bereich. So, der 900er Vario muss aufgefüllt werden. Ja, klar. Feld 4. Logisch. Fahre einlassen. Dann wollen wir mal eben zu unserer Auffüllstation. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, dass der hier die scharfen Ecken so krass umsetzt. Schön gemacht. Sehr schön. Muss ich erstmal aussteigen. So. Und Umlichter brauchen wir nicht. Und einmal ein Saatgut bitte auffüllen. Das klappt doch wie ein Länderspiel. Wunderbar. Wunderbärchen. Und wieder dahin, wo er aufgehört hat. Und wieder dahin, wo er aufgehört hat. Kursbeginn am aktuellen Wegpunkt. Jetzt klappt er sich aus. Und dann fängt er dann da vorne an weiterzumachen. Ja, Cosplay ist schon cool. Das macht schon durchaus Sinn. Läuft auch. Wunderbärchen. Ja, der kann zurück zum Hof. Wobei da ja auch schon fast die Frage wäre, ob ich den nicht auch einfach hier oben stehen lasse. Für die Felder, die hier oben erarbeitet werden. Wäre ja eine Frage, ne. Aber ne, ich fahre den zurück. Muss man dann irgendwann mal gucken. Ob man dann einfach sagt, man baut hier oben noch irgendwie die Eogasanlage zu einem Hof aus. Das überlege ich mir noch. Ja, das Chips sind beim Stadion gerade voll gefragt, ne. Chips sind bei Aldi, aber teurer. Chips müsste ich eigentlich auch noch haben. Ich habe auch noch jede Menge Kartoffeln irgendwo rumliegen. Aber ich habe irgendwie keinen Bock. Kartoffellager da irgendwie mit zu... Also das zu befüllen mit einem Radlader. Das macht keinen Spaß. Wäre schön, wenn man das mit einem Förderband machen könnte oder so. Aber das geht, glaube ich, gar nicht. Aber wir müssen das ausprobieren. Vielleicht geht das ja. Vielleicht gibt es ja ein Förderband. Wisst ihr das? Die Kartoffelwaschanlagen hier, die wir hier haben, kann man die mit einem Förderband befüllen. Direkt reinkippen kann ich da ja nichts. Ja, nur mit einem Radlader bisher. Aber gibt es auch eine Möglichkeit, das mit Förderband zu machen? Bleibt es doch mal in die Kommentare, wenn das jemand von euch weiß. Mich interessieren. So, hier rum. Hier rum. Sauber machen tue ich jetzt nicht. Aber tanken. Na, jetzt steht da der C-Räger noch am Weg. Jetzt auch nicht so. So. Kann er ja rum und weg. Den holen wir ja gerade nicht. Muss da ja nicht rumstehen. Die kann er ja auch hier wieder schön in seinen Unterstand stellen. Da hat er etwas die Orientierung verloren durch die schnelle Drehung. Jawohl. Und jetzt in die nächste Runde geht rückwärts. Ja, wir sind ja nicht auf dem Kummer hier. Habe ich den eigentlich gar nicht sauber gemacht? Das ist viel Scheiß. Habe ich den eigentlich gar nicht sauber gemacht? Naja, egal. So, der wird getankt. Die anderen stehen da. Alles gut. Welcher ist denn das jetzt? Aber nur einer. Nö. Beide angekoppelt, ne? Ja, sind sie. Wunderschön. Das heißt, Beladung am Startpunkt. Wir wollen vom Hof Bebauerei Und wir wollen erst mal Weizen hinbringen. Weil wir haben ja hier doch den ein oder anderen Liter Weizen, glaube ich, in der... Nochmal gucken. Der Fade Action hat ja hier so eine Digitalanzeige ausprobiert. Ich weiß nicht, ob die hier für uns auch funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob der Kurs hier mit Anhänger funktioniert. Und das wäre mal interessant. Die Digitalanzeige, das guckt mir beim Fade erstmal an im Let's Play. Und wenn das da funktioniert, dann baue ich mir das auch ein. Keine Frage. Ja, mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt den zweiten Anhänger, also den Anhänger auch belädt. Den zweiten, den er da hat, oder nicht? Kann ich sagen. Paletten, alles schön. Der hier steht hier noch doof rum. Der kann auch zurück zum Hof. Wobei... Wollte ja noch... Ach, siehst du, ich habe ganz vergessen, das Gewicht abzuholen. So, der Wario hat durchdrehende Reifen. Das ist eigentlich genau das, was ich befürchtet habe. Allerdings habe ich eigentlich befürchtet, dass er das in der ersten Runde macht. Und nicht jetzt hier in der zweiten. Okay. Also er hat hier auch noch... ...hier nicht wirklich schön gesät. So geht das jetzt nicht. Ah, ich habe sie nicht gesenkt gehabt. Ne, klar, logisch. Falsche Taste gedrückt. Das kommt, wenn man fast nichts mehr selber macht und alles mit Helfern machen lässt. So. So. Jetzt mal beobachten. Was er jetzt macht. Ich weiß nicht, wie er da drauf kam, da gerade gegen zu fahren. Oh, das sieht ja jetzt nicht so schlecht aus. Zwei Stunden elf braucht er noch. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich steppe mal überall durch. 180.000 hat beide beladen. Was nicht cool ist. Achso, ich wollte noch ein Taras kaufen. Klar. Das Karos 716. Habe ich zwei Stich. Auch wenn es noch ein Taras gibt. Ja, mich. Dann habe ich nämlich auch einen für ein Rinderhof. Eigentlich könnte ich mir noch mehr kaufen und könnte die anderen, die Yoskin, alle verkaufen. Jetzt hatten wir Multiplayer auch vor. Ja, habt ihr gestern Abend Multiplayer geguckt? Wart ihr im Livestream dabei bei mir? Wesse ich gar nicht, ob wir... Kann ich jetzt natürlich nicht sagen, weil die Aufnahmesession hier ist vor dem Livestream. Daher kann ich gar nicht sagen, ob wir es im Livestream dann auch gemacht haben oder ob wir es noch machen werden. Auf jeden Fall habe ich erstmal noch einen neuen Karos. Ist ja schon mal nicht so schlecht. Das ist so ein bisschen vereinheitlich. Nein, wir wollen ja nicht alles irgendwie in zwölf verschiedenen Ausführungen haben. Mal hier stehen. Das dürfte da eigentlich nicht im Weg sein. Ja, gut. Gut. Auch gut. Und ihr seid am Aussälen. Ja, cool. Feld 33 dauert nicht mehr so lange. Dann haben wir das auch fertig. Das ist doch schön. Jetzt wird es in dieser Folge nichts mehr werden. Aber in einer der nächsten Folgen. Da hätte ich auch gedacht, dass es hier richtig Probleme gibt. Mit den Vorgewänden und so. Aber toll, 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 toll. Klopf auf Holz. Hat geklappt bisher. Schon interessant zuzusehen, ne? Wie der so rückwärts fährt. Wahnsinn. Was technisch heutzutage alles möglich ist, ist der Hammer. Ja gut, die fahren vorwärts. Ja, da kann ich nichts drüber sagen. Ja, da kann ich... Musik Ich mache mal eben den hier leer Und dann kaufe ich mir gleich ein Förderband Dann sehe ich mal zu, dass hier die Düngerproduktion steigt Und dass auch die Ladgutproduktion steigt Weil das brauchen wir jetzt echt Und dann sehen wir auch zu, dass wir das Ganze unten am Rinderhof auch in Gang kriegen Und dann Das ist gut 24.000 habe ich da noch Aber Kann ja nicht schaden, ein bisschen mehr zu haben Ich habe ja jetzt hier drin einen Drescher weniger Und einen Terrados weniger Das heißt, ich habe jetzt hier auf jeden Fall noch Platz Um meinen Radlader abzustellen Ich habe dann immer noch genug Platz für irgendwelche Häcksler oder so Die sicherlich auch irgendwann demnächst noch in den Fuhrpark wechseln werden Meishäcksler habe ich ja nun noch so gar nicht So Förderband Ja, in Rot, ja Eine Abrollsicherung Kann ja nicht schaden Okay Das ist nur ein Hänger, ja So, mal eben abkuppeln Das Förderband holen Die Folge wird schon wieder lang Freut euch Oder nervt euch das Was soll ich lieber? Lieber folgen so 20, 25 Minuten Oder Nur versuchen streckt 15 Minuten zu machen Was sagt ihr dazu? Schön Der fährt da nochmal hin Also aufpassen, dass er das jetzt nur noch einmal macht Was denn, die haben die 500.000 oder? Ja, ne, die haben 500.000 Ach, wunsch So Dann können wir nämlich erstmal schön hier die Produktion in Gang halten Das ist echt wichtig Vielleicht etwas schnell unterwegs für dieses Förderband Verhält sich etwas komisch Ja, das will ich euch noch eben zeigen Ob das geht oder nicht Und dann machen wir Schluss für heute Dann geht es erst morgen weiter Hm, schade Ich dachte, ich könnte die nicht parieren Einsteigen Motor schlagen Rückwärts fahren So Musste ja jetzt auch noch Die Möglichkeit geben Das Förderband hochzustellen Es ist ein bisschen ja gut aussteigen und dann wollen wir mal schauen dann wollen wir mal schauen und dann ist aber schluss für diese folge warum läuft das jetzt nicht warum auch immer ich so weit rein fahren muss egal funktioniert ist nicht das schnellste aber es funktioniert und das ist das wichtige abfahrer entlassen und wir füllen noch einmal auf und dann sind wir fertig mit feld 33 raps ich mache jetzt erstmal raps ohne ende nein ohne ende nicht aber schon recht viel ich kann mal auf voll bitte jetzt ist mir aber egal warum warum macht er nichts mehr ja 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 Ah, ich würde mal ein Anschreifen hätte gereicht. Naja, mal voll machen. Wie ich ja gesagt, mach ich noch eben. Funktioniert auch. Bin jetzt nicht so schnell. Ja, ich will euch damit nicht länger nerven. Ihr seht, das funktioniert. Ich bedanke mich fürs Zuschalten und fürs Zuschauen vor allem. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich. Folgt mir auch gerne bei Facebook, FriesenJung13. Würde mich tierisch freuen. Und noch mehr freut es mich natürlich, wenn ihr morgen am Montag wieder einschaltet. Zur nächsten Folge Let's Play LS17. Vielen Dank in diesem Sinn. Ciao.